Verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie in der FOZ-Autoren-Arena. Hören Sie mich? Verstehen Sie mich? Ich hoffe. Bevor ich zum neuen Roman Michael Degens komme, möchte ich ganz kurz einen Bogen spannen. Ins Jahr 1979, da lief in der ARD ein Mehrteiler, die Budenbrocks. Michael Degens spielte damals den Bendix grünlich, Ehemann Toni Budenbrocks. Die Rolle des Hochstaplers faszinierte Sie sicherlich sehr. Der Stoff natürlich auch, die Familie Thomas Mann. Sie haben sich für Ihr neues Buch auf die Fährte des großen deutschen Schriftstellers begeben und haben eine Seite entdeckt an ihm, die sehr, sehr dunkel ist. Und zwar ein sehr liebloses Monster, das seine Kinder tyrannisierte. Ja, ich sage erst mal herzlich willkommen in der LVZ-Autoren-Arena. Und Ihr neues Buch heißt Familienbande. Und ich möchte natürlich jetzt von Ihnen wissen, was das Werk und das Leben der Familie Mann für Sie so spannend macht und wann Sie sozusagen angefixt und fasziniert worden sind davon. Ja, im Grunde habe ich den ersten oder sagen wir mal das erste Werk von Thomas Mann, das ich in die Hände bekam, war Budenbrocks und das bekam ich in die Hände mit zwölf Jahren. Ich hatte damals sehr viel Zeit zu lesen. Ich durfte nicht in die Schule gehen. Ich musste teilweise im Underground leben mit meiner Mutter und hatte die Zeit, mich genügend damit zu beschäftigen. Ich hatte einen Lehrer, der auch im Underground lebte und der mich ja ein bisschen führte, literarisch führte. Wir müssen dazu sagen, Sie lebten in Berlin zu dieser Zeit, ja, im Untergrund. Man hatte, Freunde hatten Sie versteckt, ne, vor den Nazis. Ja. Bloß um zu erklären, warum Sie auch viel Zeit hatten. Naja, also... Zynischerweise, ja. Ja, na, bei Frau Merkel hätte ich mich nicht versteckt. Aber dadurch lernte ich ihn kennen und ich wurde immer neugieriger auf ihn. Nahm dann das zweite Buch in die Hand, das war der Zauberberg und den verstand ich nicht. Und ich habe ihn Jahre später erst wieder gelesen und da fand ich ihn faszinierend. Ja? Ja, aber sein ganzes Werk, seine ganze Ansicht, seine Charakterisierung, all das geschah aus einem, ja, aus einem ganz merkwürdigen Winkel heraus, von oben herab, würde ich sagen. Er hat die Figuren, die Situationen von oben herab geschildert, als würde er auf einem riesenhohen Podest sitzen und die Menschen da ganz klein unter sich agieren sehen. Und das hat mich fasziniert. Er war da, er konnte da eine Art von Neutralität, ironischer Neutralität bewahren, die mich immer wieder umgeworfen hat. Ob das nun dann später die Josefslegende war, ob es dann auch der Dr. Faustus war, obwohl der nun, da war er engagierter. Aber das hat mich, der Mann hat mich im Grunde mein Leben lang verfolgt. Ja. Eine Ihrer Quellen waren Thomas Manns Tagebücher, die 1975 erschienen sind, 20 Jahre nach seinem Tod. Er hatte das so verfügt, dass sie nicht eher veröffentlicht werden. Waren diese Tagebücher eine Offenbarung auch für Sie? Offenbarung würde ich nicht sagen. Es war, manche sagen ja, das war sein bestes Werk, aber das glaube ich nicht. Nein, aber es war äußerst spannend. Ja. Er schilderte, wenn er zum Beispiel das Kriegsende schildert, und da schreibt er dann, heute hat man Göring aufgehängt, ich muss noch zum Pediküre. Das ist fast in einem Satz. So handelt er dann Geschichte ab. Das ist fabelhaft, finde ich. Mehr Aufmerksamkeit hat dieses dicke Schwein auch nicht verdient. Entschuldigung. Aber haben Sie diesen narzisstischen, eitlen, gefühllosen Mann, den Sie ja in Ihrem neuen Roman sozusagen charakterisieren, auch in diesen Tagebüchern entdeckt? Ja. Schwimmerte das da schon durch? Obwohl das immer ein, dieser Mann, dieser Mann war Januskopfig, würde ich sagen. Man hat mehrere Gesichter bei ihm gesehen. Also zum Beispiel hat er eine ungeheure Zärtlichkeit für seine jüngste Tochter entwickelt. Und hat aber auch gleichzeitig für seine älteste Tochter eine unglaubliche Zugehörigkeit entwickelt. Von seiner Frau wollen wir gar nicht reden. Ohne seine Frau wäre er das nicht geworden, was er dann schließlich und endlich wurde. Denn sie hat alles von ihm abgehalten. Vielen Dank.